Wir waren gestern in der Lage gar nichts zu führen. Wir waren absolut behindert. Alles gut ist ein Panzer. Hallo. Das muss man den Typen so cool ausgesehen haben. Einmal schieben. Also wenn das nicht cool aus sah, weiß ich auch nicht, aber es tat weh, verzeihen Sie mir. Dass es nicht kraftvoll ist, weiß ich auch nicht. Weiß ich, dass die Poliz... Das ist natürlich jetzt doof, wir laufen. Haben Sie auch mit dem Herrn da hinten was zu tun, der da rauf? Ne, damit überhaupt nichts zu tun. Wir kamen gerade von der Auffahrt. Haben eine Leitplanken mitgenommen, dann die zweite und dann haben wir gedacht, I believe I can fly. Ach du Scheiße. Da bin ich jetzt aber nicht schuld dran. Jesus Christ. Äh.